Das Inselspital ist eines der bedeutendsten Universitätsspitäler der Schweiz. Unsere Kinderkliniken sind auf der Suche nach qualifiziertem Pflegefachpersonal in den Bereichen Kindernotfall, Kinderchirurgie und Kinderheilkunde, wo Sie ein spannender Arbeitsalltag erwartet. Unsere Kindernotfallmedizin ist herausfordernd und abwechslungsreich. Hier werden jährlich über 20.000 Patienten in einem 24-Stunden-Betrieb behandelt. Von einfachen Erkrankungen und Verletzungen bis zu schweren, komplexen Patientensituationen. Unser Arbeitsalltag gestaltet sich sehr vielfältig und kurzlebig. Neuen Mitarbeitenden bieten wir eine individuell angepasste Einführungszeit und wöchentliche interdisziplinäre Fortbildungen. Die Pflege unserer Patienten reicht von Frühgeborenen bis junge Erwachsene. Der regelmäßige Austausch mit den Eltern ist sehr wichtig, gerade bei unseren Kleinsten. Sie werden mit in die Pflege einbezogen. Hochkomplexe Patientensituationen auf dem Gebiet der Kinderchirurgie gehören zu unserem Alltag, genauso wie tagesambulante Untersuchungen und Eingriffe. Dies bedingt eine hohe Flexibilität der Pflegenden, um sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen einstellen zu können. Untereinander pflegen wir einen sehr kollegialen und professionellen Umgang. Das ist uns wichtig. Weiter investieren wir viel in die Förderung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, indem wir nach Diplomstudiengänge, Fach- und Führungsspezialisierungskurse sowie interne und externe Weiterbildungen anbieten und fördern. Möchten auch Sie in einem universitären, spannenden Umfeld arbeiten? Dann heissen wir Sie herzlich willkommen und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017